Es war klar, dass die schwarze Station von Faschisten besetzt war. Aber Ullmann hatte gesagt, dass sie dort auf mich warten. Ich musste es riskieren. Wer ist das? Ergib dich, dann passiert dir nichts. Was hat so lange gedauert? Wo ist Pavel? Hat er... Natürlich. Später. Die Situation hat sich verschlimmert. Die Faschisten haben die Station buchstäblich überschwemmt. Wenn du ihren Generator abstellen kannst, wird es einfach an der Wache vorbeizukommen. Nimm das. Ich werde im verlassenen Tunnel zur Polis auf dich warten. Sie vermissen ihren Vater. Und deine? Hey! Sieht so aus, als ob da... Was tut... Wer ist da? Ich werde im verlassenen Tunnel. Huh? Das? Scheiße! Was ist das? Ja. Was ist das? Scheiße! Nicht hier. Sieh zuhause, als ob da. Der ist da. Scheiße. Also, wenn wir hier mal drehen meine Ohren durch, oder nach draußen ist jemand. Och, das ist der Verdammte. Zum Rüfte oder Angelegenheit. Ist doch die Frage, dass ich denn hier so verkehrt habe. Hey. Wann wir hier? Wann wir hier? Wann wir hier? Was ist das? Är beliefs bon? Das war's für heute. 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 Artyom, mein Mann, du hast es geschafft. Komm, droh dich aus. Das sind keine normalen Notanten. Das ist irgendwas anderes, irgendwas Schlimmeres. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Du kannst dich nicht vor der Zukunft verstecken.